So, dann herzlich willkommen und zurück aus der Kaffeepause. Jetzt beginnen wir mit den Lightning Talks. Das wird folgendermaßen ablaufen, dass jetzt einfach im 5-Minuten-Takt uns drei Themen kurz vorgestellt werden. Und beginnen wird Hans-Jörg Stark zu dem Thema Open Drone Maps. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe eigentlich an, aber es leuchtet nicht. Hört man mich? Hat er spürt? Ah ja, Entschuldigung. Also Open Drone Map. Also es ist mir, um ganz ehrlich zu sein, fast etwas unangenehm vor so vielen Leuten zu sprechen. Und ich habe den Eindruck, es ist mehr Talk als Lightning. Aber wie dem auch sei, es geht eigentlich so um das hier oben. Ich arbeite seit vergangenen Sommer bei den Schweizerischen Bundesbahnen. Dort gibt es neun Kompetenzzenter für Drohnen. Und es geht jetzt darum, dass ich mir in diesem Kontext Open Source Tools anschauen wollte, die drohnenbasierte Bilddaten verarbeiten. Und ich habe bewusst den Konjunktiv gewählt, weil ich nämlich gar nicht so sehr dazu kam, wie ich ursprünglich wollte. Und deshalb möchte ich einfach mal dieses Open Drone Map in dem Sinn thematisieren. Und möglicherweise gibt es unter euch Leute, die haben da sehr viel mehr Erfahrung. Und sonst stelle ich es einfach vor, dass es das gibt. Open Drone Map ist vielleicht nicht das, was man erwarten würde, im Sinn von, dass es eine Karte ist, sondern es ist eigentlich ein Toolset, beziehungsweise eine Kommando-basierte Anwendung. Die Webseite, die seht ihr hier. Und ihr seht auch, die Definition ist ein Open Source Toolkit, um Drohnen-basierte Bilddaten, also Oblieke, Bilder zu prozessieren. Und da kann man einiges damit machen. Es gibt ein Wiki dazu, wo man einiges an Hilfe erfindet. Das ist nicht ganz so nachgeführt, aber einiges steht schon da. Was macht Open Drone Map? Es erstellt diverse Produkte, ist wirklich super. Mit Punktwolken, DGM, texturiertes Oberflächenmodell, Autofoto. Und auch gemäß Webseite, Work in Progress, das habe ich noch nicht ausprobiert, eine klassifizierte Punktwolke. Ich habe mich hauptsächlich wegen dem Autofoto mit der Lösung beschäftigt. Also ich hatte gesagt, Kommandozahlen-basiertes Werkzeug. Das Ganze läuft unter Docker. Und ihr seht, das ist ziemlich einfach. Also ich habe hier einen Python-Befehl. Beispiel, ich gebe an, wo liegen meine ganzen Bilder, die ich mit der Drohne aufgenommen habe. Das könnten dann eine ganze Serie von Bildern sein. Und dann gebe ich einen Projektnamen an. Der Projektname dient dazu, dann ein Verzeichnis zu machen. Und dort werden dann all die einzelnen Produkte, die Open Drone Map erstellt, hineingespeichert. Also so beispielsweise sieht das dann aus, wie ich das bei mir durchgeführt habe. Aber es gibt noch eine weitere Option, die ganz hilfreich ist in Bezug auf die Geometrie, beziehungsweise die Genauigkeit, dass man, sofern man das dann hat, Kontrollpunkte mitgibt. Also ich kann sagen, ich habe Punkte, die ich kenne, mit exakten Koordinaten. Und dann muss ich halt schauen, in den Bildern, die ich aufgenommen habe, wo liegen diese Kontrollpunkte. Und kann dann mit dieser Zuordnung von Pixelkoordinate, beziehungsweise effektiver Raumkoordinate, die Genauigkeit verbessern und so das etwas präzisieren. Es gibt einige Runtime-Parameter, das nicht abschließend, das findet ihr alles auch auf dem Wiki. Beispielsweise man hat ein ganzes Projekt prozessiert und möchte dann nur einen Teil davon machen, also vielleicht nur das Autofoto nochmal rechnen mit anderen Parametern, das dann möglich, oder nur ein Ausschnitt. Und das hier vielleicht das Interessanteste, das sind jetzt eben die Ausgaben oder beziehungsweise die Ergebnisse. Ihr seht beispielsweise, hier liegen dann die Bilder drin und hier beispielsweise das Luftbild als PNG, beziehungsweise als TIF, das ist das, was mich am meisten dann interessiert hat. Und als Beispiel, ich habe hier so ein paar Bilder, natürlich nur, dass ihr mal seht, wie kommen die da her, was ist das Original, mit was komme ich rein, mit einer Mavic Pro geflogen und das ist dann das Ergebnis. Und ihr seht, das Ergebnis ist so, naja, aber hauptsächlich ging es um dieses Gebäude und wenn man da etwas näher reinzoomt, dann sieht man, so sieht das aus, also grundsätzlich eigentlich gut ausgefüllt, aber man hat trotzdem so einzelne Löcher. Ich hatte bisher noch nicht die Zeit und die Ressourcen, dem exakter nachzugehen, mit den verschiedenen Runtime-Parametern da zu spielen, um das zu verbessern. Ja, das war es in dem Sinn eigentlich schon. Ich bin in dem Sinn froh, wenn diejenigen unter euch, die damit schon mehr gemacht haben, sich bei mir melden oder auf mich zukommen und mir vielleicht noch den einen oder anderen TIF geben. Also in dem Sinn habe ich den Talk mehr gemacht, auch zur Anregung vom Gespräch oder zum Austausch. Das Problem ist bei uns, wir haben halt bei den SBB so viel proprietäre Software, die ich einsetzen muss, in Anführungszeichen, und ich hatte einfach die Zeit, mich etwas detaillierter anzuschauen. In dem Sinn tut es mir leid, wenn ich da vielleicht einige von euch enttäuscht habe. Vielen Dank. Applaus